So, ich bin hier auf der Messe, weil es im Sommer im Garten am schönsten ist, aber im Winter, wenn es draußen schneit und regnet, dann sind hier drinnen die schärfsten Autos und vor allen Dingen auch die heißesten Bräute und zwei davon stehen bei uns am Stand hier. Jürgen Karpatz, da bin ich momentan, da mache ich eine heiße Show zusammen mit meinen Mädels und wer will, der kommt vorbei. Ihr habt noch, glaube ich, neun Tage Zeit. Morgen am 1.12. bin ich noch da, 7.8.12. auch noch. Kommt vorbei, wir haben ein heißes Showprogramm und ansonsten, wer keinen Bock auf Frauen hat, der findet hier auch genug Autos. Und mich, also, ich lade euch ein. Kommt, ich zeige euch mal meine Mädels hier, dann lernt ihr die auch mal kennen. So, eingebettet zwischen den schönsten Kurven der Essener Motor Show. Zu meiner Rechten eurer Linken die Lisa. Ach Mädels, ich muss ja einfach mal hier so, ich mache mal so hier, das ist so schön, da bin ich auf der richtigen Höhe. Und zu meiner Linken eurer Rechten die Kimberley. Also Wahnsinn, die beiden Mädels. Ich grüße alle Ottotürk Zuschauer und würde mich freuen, wenn ihr mich irgendwo mal seht hier bei euch auf dem Kanal. Also, bis dahin.